Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dengler 2 ist der Jungen. Dass das immer schießen muss, das Ding da. So, es geht mal zur U-Bahn und zwar ist die U-Bahn... Südring. Äh... 308 Meter. Okay, dann machen wir das mal so, wenn es mir jetzt auf der Karte irgendwie nicht angezeigt werden möchte. Dann machen wir das mal so. Oh, sieht genauso aus wie schon mal. Oh, mit V kann ich hier so umstoßen hier. Oh, ich hab's da einfach mal ausprobiert. Wir haben zwar noch sehr viele Fragezeichen. Unter... unterm Wasser? Ja gut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da ist er. Oh. Perfekt, cool. Sind das Gegner? Habe ich hier ne Leiter? Ich glaub die Dinger, ne? Kann ich als Leiter benutzen. Ehrlich? Das war schön. Äh. Äh. Da. Hoppala. Hier hab ich auch so einige Fragezeichen. Krass. Sie haben ein Sperrgebiet betreten. Genau denselben wie ihm grad schon. Geil. Oh, das freut mich. Die mach ich gerne. Die mach ich tatsächlich sehr gerne. Ja. 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 Äh. Jetzt hab ich ein kleines Problemchen. Ich habe gar keine Dinger hier mehr. 5, 6, 3, 6, 9. Sehr schön. Okay, hier können wir 3 herstellen. Machen wir immer Max. Was? Äh. Äh. Jetzt haben wir da irgendwelche falschen Sachen. Okay, das ist krass. Immer hier. Das ist krass. Ja. Wir sind krass. Ich meine die Tinnen fix auf. Meine Gesundheit! Scheiße. Komm schon. Hey, Wurftechnik einsetzen. Undefiniert, irgendwas stand da mit uns. Was mit undefiniert stand da grad? Ich glaube das ist Big Mama. Oder Big Papa. Den machen wir gleich. Okay. Ich glaube so war das von denen. Einfach so wie sie ihn hier lassen könnten. Sind du bereit Arschloch? Das möchte ich ja nicht. Bäm. Schipper, schipper, Knall. Oh, der hat was geworfen, ne? Der Kick. Machen wir die T-Lamp an. Jetzt ist Flair Abend hier. Du Kick. Gibt's irgendwie nix zum einsammeln. WTF? Nichts? Da drüben. Ja, toll. Achso. Doch leichter als ich dachte. Super. Super, 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 super. Oh. Okay, das ist glaube ich der Silent Weg. Okay, die haben aber schon sehr gut gelootet hier auf jeden Fall. Die Bengels. Okay, ne, die Silent Wege brauche ich nicht. Beide sind welche. Ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Ne, geht's doch weiter runter. Ich will jetzt erstmal hier oben. Gesehen, oder ist das jetzt... Ne, ist tatsächlich hier ein extra Raum, so ein Nebenraum. Cool. Ne, weiß ich. Auch nicht. Naja, die Schleichwege teilweise. Ah, jetzt hat das. Jetzt hat das fertig. Okay, super. So ein Mutes. So. War das der Einzige? Ne, okay. Oh. 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 Okay. Der hat schon ein bisschen Schaden gemacht. Der wirft hier Steine hoch? Der wirft hier Steine hoch? Oder was das war? Der wirft hier Steine hoch? Jetzt will ich gucken. Ich will ihn auch mit ums Abwerfen. Weil das macht man nicht. Ne, hier ist nichts. Männchen, hier ist nochmal ein... Der wirft hier in der Hall. Genau. Ah, was wird denn gleich passieren? Hat der mir noch gar nicht gesagt. Achso, Stromraum ist auch hier. Der ist abgeschlossen natürlich. Ist aber der nicht vorzeitig öffnet. Ist es wieder leer? Verstehe ich nicht. Nein. Ne, von hier sind wir so gesehen gekommen. Super. Bin mal gespannt, wie viel wir diesmal öffnen müssen. Äh öffnen, äh aktivieren müssen. Ich denke mal wieder 4. Ne, obwohl das Level 8 da. Boah, hätte ich schon fast gesagt. 6, oder? Weil ist das... Ne, ist Level 2. Ok. Ne, ist Level 2. Also wieder. Ähm. 3 oder 4 halt. Ich weiß gar, ob es mehr gibt. 231 Volt? Fick das. 4. Ok, ok, ok. Wieder dieselben. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Der andere ist da hinten an der Wand. Ja? Ne, ok. Sogar hier vorne ist er noch geiler. Die anderen zwei sind wieder drüben. Ja, mit 70 Meter und 60 Meter. Ja, beide, ja. Oh, nicht spicken. Hält sich fest? Ja. Weiter über wie es geht. Au. Ok. Wo ich gar nicht hier stehen bleiben. Kann ich ja direkt durchraschen. Ach ja. Klick, klick. Die muss ich hier. Oh. Nein. Wieso spring? Einfach nur springen. Oh. gottso und der vierte weg streichen kucki kucki Was hätte ich von hier? Ich hätte... Äh, ach komm. Wir haben genug Zeit. Um aus der Reihe zu tanzen. Tanzen. Oh ja, die Kiste hier drin. Ah, da können wir ja das Ganze in Ruhe eröffnen, wenn er wieder... Ja, falsch gebrochen, eh ein bisschen. Kling. Die gute U-Bahn-Station. Ah, gefährliches Gebiet könnte jetzt eigentlich orange werden. Oder eigentlich grün, ist ja nichts mehr. Haben ja alles gefixt und gefinisht. Das ging jetzt schnell. Was, King William Bridge? Offen. Für jeden. Zugänglich. Und jetzt... Das ist genau das selbe. Ah, wieder auf den Tisch. Mülleimer. Gut, King William, Brücke, Bridge, Brücke... Nee, ist überhaupt Deutsch. Haben wir dann auch gefinisht. Herrlich. Ja, hier kommen wir nie wieder rein. Oh, die eine Tonne hier ist aus. Na gut. Nee. Die sehen wir von hier nicht, oder? Ja, die ist an. Gut. Dann, ja. Wie gehabt, ne? Wieder am Facebook-Schnall-Abonnen. Wenn ich da noch um den Trappchen kommt habe. Ich würde es wieder gefallen. Tschüss. Tschüss. Huh.